Okay, lasst uns einmal über Pilze ganz allgemein sprechen. Was sind eigentlich Pilze? Und jetzt vergesst bitte einmal kurz das, was ihr unter Pilz versteht, nämlich den normalen Champignon. Der heißt auf schlau Agaricus bisporus. Das ist zwar auch ein Pilz und es gibt auch eine große Klasse oder ein großes Reich der Pilze, welche diese Hutpilze tatsächlich bilden, aber die meisten Pilze sind eher mikroskopisch und bilden eben nicht diese Hutstruktur. Alle Pilze oder die meisten Pilze haben eine Gemeinsamkeit. Das ist die sogenannte Hyfe. Was ist so eine Hyfe? Eine Hyfe ist ein schlaufförmiges Gebilde, was eindimensional wächst. Das heißt, es wächst in dieser Richtung. Es wächst die Spitze. Die Spitze wächst eben nach vorne. Bei so einer Hyfe, also das ist eine mikroskopische Struktur und bei dieser Hyfe werden bei einigen Pilzen im Nachhinein dann sogenannte Septen eingezogen. Das gilt nicht für alle Pilze, aber für viele Pilze gilt dies. Das heißt, wir haben einen Unterschied zur normalen Zelle und zur normalen Zellteilung. Wenn wir jetzt an eine normale, beispielsweise Pflanzenzelle denken, diese teilt sich in der Mitte und danach haben wir zwei Zellen, die hier so aneinander sind. Das ist schon mal ein großer Unterschied, wie so eine Struktur sich bildet. Und wie gesagt, sie wachsen nur eindimensional. Aus seiner Hyfe kann hier zur Seite theoretisch nochmal so eine Hyfe rauswachsen, aber es ist keine Zellteilung. Nächste wichtige Vokabel, das ist das Mycel. Das ist die Gesamtheit aller Hyfen. Das heißt, ich gucke auf meine Petrischale drauf oder auf meinen Waldboden und die Hyfen, die ich dort finde, die zu einem Organismus gehören oder zu zwei sich paaren Organismen, die dann miteinander verschmelzen, da kommen wir später noch dazu, das nenne ich Mycel. Schauen wir uns so eine Hyfe einmal etwas genauer an. Eine Hyfe besteht aus einer Zellwand, einer Zellmembran und dem Zytoplasma. Das ist jetzt nichts so Besonderes. Diese einfachen Strukturen, die finden wir ja beispielsweise bei Pflanzenzellen auch. Gucken wir mal zu ein paar Unterschieden zu den Pflanzenzellen. Auch hier besteht die Zellwand zu einem großen Teil aus Polysacchariden. Bei Pflanzenzellen, Polysaccharid, woraus es oft besteht oder woraus Pflanzenzellen meist bestehen, ist die Zellulose. Die haben wir nicht. Wir haben hier an Polysacchariden, Mannane, Glucoronsäuren, Glucane und so weiter. Ein weiteres Polysaccharid, was das Typische ist am Pilz, das ist das Chitin. Und das Chitin heißt auf schlau Poly-Beta-1,4-N-Azetyl-Glucosamin. Das hat einen Grund, warum es diesen Namen hat. Und wenn man diese Struktur sich anguckt, kann man das auch gut ableiten, diesen Namen. Da gebe ich einmal den Link hier in der Beschreibung. Und das könnt ihr euch gerne mal auf Wikipedia oder ähnliches ansehen. Und daran ein bisschen organisch-chemische Strukturformel lernen, warum das ganze Ding so heißt. Weitere Vokabel. Womit weise ich so ein Chitin nach? Ich nehme eine Substanz, die nennt sich Kalkoflur und gehe damit unter ein Fluoreszenz-Lichtmikroskop. Und dann kann ich eben die Anfärbung von dem Chitin sehen. Soviel zur Zellwand. Gucken wir uns die Zellmembran an. Auch hier Gemeinsamkeiten mit prinzipiell fast allen anderen Lebewesen. Das ist die Lipid-Doppelschicht. Das sind Proteine und noch weitere Bestandteile. Die habe ich jetzt nicht mit hier aufgeführt. Könnt ihr euch gerne einmal ansehen. Ich glaube, hier stelle ich auch mal einen Link rein zu einer normalen Biomembran. Was jetzt hier das Besondere an Pilzen ist, das ist das Ergosterin oder Ergosterin. Dieses Wort Sterin, das kennen wir von irgendwoher, auch aus den normalen Medien, nämlich vom Cholesterin. Ja, das Ergosterin gehört zur Gruppe der Sterole. Und es hat dieselbe Funktion wie das Cholesterin. Cholesterin kommt nicht in Pilzen vor. Cholesterin kommt in tierischen Zellen vor. Auch nicht in pflanzlichen. Das heißt, wir haben gleich zwei neue Sachen gelernt. Cholesterin kommt in tierischen Substanzen vor. Ergosterin in Pilzform. Und das hat die Funktion der Stabilität und der Durchlässigkeit, also die Regulation der Stabilität und Durchlässigkeit der Biomembran. Dadurch, dass das eine pilzspezifische Substanz ist, kann ich eine Probe nehmen, messe den Ergosterin-Gehalt und kann dadurch die Menge des vorhandenen Pilzes messen. Und das ist auch in der Ökologie eine interessante Fragestellung, die damit beantwortet wird. Dann schauen wir uns einmal das Zytoplasma an. Pilze sind Eukaryoten. Das heißt, wir haben Zellkerne. Wir haben aber auch alle anderen wichtigen Bestandteile, wie beispielsweise ein Golgi-Apparat, das endoplasmatische Reticulum, Ribosom, Mitochondrien. Wir haben keine Chloroplasten, wie sie bei den Pflanzen vorkommen. Aber wie gesagt, guckt euch mal eine ganz normale eukaryotische Zelle an. Dieselben Bestandteile finden wir prinzipiell in den Pilzen auch. Was an dem Zellkern, also was noch besonders ist, das sind die vielen haploiden Zellkerne. Das ist typisch. Nicht unbedingt alle Pilze haben viele haploide Zellkerne, aber die meisten Pilze haben dies. Was haploid und diploid ist, das könnt ihr hier nachschauen. Dass wir viele Zellkerne in so einer Hüfe drin haben, das hat auch eine Konsequenz. Wir haben hier ganz viele Zellkerne in so einer Hüfe. Nehmen wir jetzt kurz mal zum Vergleich. Nehmen wir jetzt mal unsere Pflanzenzelle. Diese hat einen Zellkern. Dann gehen wir mal kurz in die Mitose hinein. Mitose sollte auch jeder vom Prinzip her kennen. Bei der Mitose, da kondensieren die Chromosomen und wandern dann zu den Zellpolen. In unserem Fall hier nach links und nach rechts. Entlang des Spindelapparates, der sich in der Zelle ausbildet und daher wissen die Chromosomen prinzipiell, wo sie hin müssen. Nämlich zu den Zellpolen. Und dann teilt sich die gesamte Zelle. Wenn wir jetzt an unsere Hüfe hier denken. Mit so einem Zellkern hier innen drin. Der kann ja nicht in irgendwelche Zellpole hinein. Zumal es ist noch nicht einmal gegeben. Es gibt auch viele Pilze, die haben keine Septen. Das heißt, Zellpole haben wir nicht. Und diese Kerne müssen sich trotzdem irgendwie vermehren. Und das Ganze geht eben nicht über eine normale Mitose. Das ganze Ding nennt man dann, Moment, das nennt man Endomitose. Viele Zellkerne, viele Zellkerne in einer Zelle können unterschiedlich benannt werden. Wir haben einmal hier den Begriff, der jetzt auf die Pilze zutrifft. Das ist die sogenannte Zönozyte. Viele Zellkerne in einer Zelle. Und die Zönozyte ist die Variante, dass die Zellkerne sich innerhalb einer Zelle vermehren. Und dadurch haben wir mehr Zellkerne pro Zelle. Es gibt auch eine andere Vokabel. Die schreibe ich hier mal kurz mit auf. Die kommt auch in diversen Organismen vor. Ich denke auch beispielsweise bei uns in unseren menschlichen Muskelzellen. Das ist das Syncytium. Und das Syncytium ist das Gegenteil. Wir haben viele einkernige Zellen, wo sich dann die Zellmembranen und die Zellwände, wenn vorhanden, auflösen. Und dann eben die Mehrkernigkeit entsteht. Und soviel dann dazu. Dann kommen wir zu einem weiteren Thema. Das Thema habe ich unter Ökologie zusammengefasst. Jetzt Ökologen würden jetzt sagen, na, das passt jetzt von der Definition her nicht. Für mich ist das jetzt eine etwas globalere Ansicht. Ob das jetzt einer vernünftigen Definition entspricht oder nicht. Ich bitte da um Nachsicht. Moment, ich mache das nochmal kurz zu, sonst verwirrt das mit unter. Ich habe jetzt zwei verschiedene Punkte dort mir rausgegriffen. Einmal die Bedeutung für den Menschen von Pilzen. Ganz grob, wir haben eine biotechnologische Bedeutung. Wir haben die Bedeutung am Lebenskreislauf vor allem als Destruenten. Und wir haben Pathogene. In der Biotechnologie habe ich nur zwei kleine Beispiele. Einmal die Carotinoid-Herstellung und die Alkoholherstellung. Die Alkoholherstellung passiert durch einen wichtigen Pilz. Das ist Saccharomyces cerevisiae. Nämlich, Gattungsnamen mit Artnamen, also Gattungsnamen, werden kursiv geschrieben. Saccharomyces cerevisiae, ein Hilfepilz. Dieser wächst beispielsweise nicht in einer typischen Hilfeform. Da kommen wir aber später noch dazu. Das ist der Pilz, der uns das Bier cerevisiae, wer noch Asterix Comics kennt, der weiß das, dass die dort lauwarme cerevisiae, glaube ich war das, getrunken haben. Das ist der Pilz, der für die Alkoholherstellung hergestellt wird. Es gibt auch noch Vitamine und, und, und. Sucht euch da mal ein paar Beispiele raus. Biotechnologische Anwendungen von Pilzen sind mannigfaltig. Die ökologische Bedeutung. Zwei Beispiele. Wir haben einmal als Desturienten den Ligninabbau. Guckt euch mal die Struktur vom Lignin an. Wer ein bisschen was von organischer Chemie versteht, der sieht sofort, wenn er sich die Struktur anguckt, dass dieses Lignin unglaublich schwierig abzubauen ist. Das macht der Pilz aber. Der Pilz kann Lignin abbauen und er kann auch weitere schwierig abzubauende Substanzen abbauen. Auch sogenannte Xenobiotika. Das heißt, Substanzen, die normalerweise so nicht in der Natur vorkommen. Beispielsweise Phenolplaste, unser Trabi-Pestizide wie DDT und, und, und. Das macht der Pilz aus einem bestimmten Grund. Da komme ich auch noch dazu. Jedenfalls kann das der Pilz. Ohne die Pilze hätten wir wahrscheinlich draußen, wenn wir nach draußen gucken, unglaublich viele Baumleichen herumliegen, weil die nicht komplett abgebaut werden würden. Im Übrigen, das, was es in den normalen Medien heißt, dass Plastik nicht abgebaut werden kann und dass wir irgendwann hier auf der Welt im Plastik ertrinken werden, das ist wissenschaftlich gesehen falsch. Plastik kann abgebaut werden, wird durch Pilze gerne abgebaut. Allerdings dauert es eben seine Zeit. Deshalb, ich will jetzt nicht sagen, dass Plastik oder so grundsätzlich gut ist. Aber es ist falsch zu sagen, dass es nicht abgebaut werden kann. Gucken wir uns einmal auch noch zwei Pathogene an. Einmal Candida albicans. Candida albicans ist ein sehr gut erforschter Erreger. Guckt euch auch mal dazu ein paar ekelhafte Bilder in Wikipedia an. Für diejenigen, die so ein bisschen morbider sind und eher in die medizinische Mikrobiologie gehen. Schönes Beispiel und auch ein sehr, sehr gut erforschter Organismus, über den man sehr, sehr viel erfahren kann. Auch in genetischer Hinsicht und, und, und. Ein weiteres Beispiel, um zu zeigen, dass, wenn ich über Pathogene spreche, nicht nur über ekelhafte Menschen Pathogene spreche, sondern eben auch über Pflanzen Pathogene. Dort gibt es auch unglaublich interessante Ansätze. Und hier ein kleines Beispiel. Könnt ihr auch mal dann irgendwo auf Wikipedia oder Google mal nachsehen. Okay, dann lasst uns einmal kurz über Ernährung sprechen. Ernährung von Pilzen. Hier ist nicht jetzt wieder der Champignon in der Pfanne gemeint. Nein, ich möchte wissen, wie sich eigentlich die Pilze ernähren. Und die Pilze benutzen Glykolyse, Atmung, Gärung, Citratzyklus. Das, also zum Stoffwechsel bringe ich mal hier kurz einen Link. Was typisch ist, ich gehe da jetzt nicht so im Detail drauf ein, physiologisch gehe ich vielleicht irgendwann mal, mache ich irgendwann mal Videos allgemein über Mikroorganismen und Physiologie. Wichtig in der Ernährung ist, dass der Organismus sich Chemo, Organo, Hetero und Osmo, Troph ernährt. Troph heißt Ernährung, wenn man so will. Heterotroph heißt die Kohlenstofffixierung passiert über organische Substanzen. Also nicht wie Pflanzen, Pflanzen fixieren ihren Kohlenstoff in der Regel über CO2 aus der Luft und das machen Pilze eben nicht. Sie ernähren sich heterotroph und nicht, wie bei Pflanzen, autotroph. Chemoorganotroph heißt auch, dass sie ihre Energie aus diesen, aus organischen Substanzen gewinnen. Es gibt beispielsweise auch Bakterien, die gewinnen ihre Energie aus anorganischen, also aus anorganischen Substanzen wie verschiedenen Gesteinen. Die würden dann Chemolithotroph heißen. Und dann das Gegenteil zu Chemo wäre Photo beispielsweise. Was ein interessanter, ein interessanter Vokabel ist, ist dieses Osmotroph. Hier einmal kurz, denkt nochmal kurz an unsere Hilfe. Was hat es mit diesem Osmotroph auf sich? Zuerst einmal kurz nochmal Osmose erklärt. Osmose ist, wir bringen eine Substanz von Ort A zu Ort B über eine semipermeable Membran. Soweit, so gut. Diffusion und Osmose sollte jeder kennen. Wenn nicht, sind hier noch einmal Links dazu. Der Pilz hat ja eine total feste Zellwand. Das heißt, im Gegensatz zu einer Amöbe, nehmen wir mal hier so eine Amöbe, kann der Pilz nicht wie diese Amöbe hier die Nahrung umschließen und dann im Inneren verdauen. Und er hat ja auch keinen Mund oder kein Organ. Das heißt, irgendwie muss er seine Nahrung, die ich mal hier so andeute, in seine Zelle hineinbringen, um sie dort weiter zu verarbeiten. Das heißt, der Pilz muss seine Nahrung außerhalb seiner Hyfe verdauen. Und dazu muss er Enzyme sekretieren, damit dann die Nahrung in kleine Bestandteile zerlegt wird und diese wird dann wieder vom Pilz aufgenommen. Und das Ganze passiert eben Osmotroph. Das ist im Übrigen auch der Grund, oder wahrscheinlich einer der Gründe, warum Pilze schwer abbaubare Stoffe in der Natur abbauen können. Weil diese einfach eine ganze Mixtur an Abbauenzymen nach außen sekretieren, die eventuell auch gar nicht für diese sogenannten Xenobiotika gedacht waren. Sondern sie sekretieren die Einfachung, diese bauen gleichzeitig diese anderen Substanzen mit ab. Das wäre das Osmotroph. Abbauen der Enzyme nennt man oft Asen zum Schluss. Und Lipasen beispielsweise Fett abbauen, Proteasen, Proteine abbauen, Saccharasen, Saccharide abbauen oder Impolisaccharide abbauen. Und prinzipiell kann man dann den abzubauenden Stoff nehmen und einfach Ase dranhängen. Damit ist man oft richtig, beispielsweise bei Zellulase. Zellulasen baut eben Zellulose ab. So viel kurz zur Ernährung. Eine kleine phylogenetische Betrachtung noch. Phylogenie ist jetzt ganz grob sowas wie Artbetrachtung oder Kategorisierung und Einteilung. Ich weiß nicht, ob diese Definition jetzt komplett richtig ist. Ich gebe mal hier einen Link dazu. Wir haben vier große Reiche, auf die ich dann später im Einzelnen noch eingehen werde. Die Chitridiumykota, die Zygomykota und die Ascomykota und die Basidiumykota. Es gibt noch eine weitere Gruppe, wo sich die Experten streiten, ob sie zu den Zygomykota gehört. Das sind die Glomeromykota. Wenn ich die Zygomykota betrachte, dann werde ich auch einmal kurz auf die Glomeromykota eingehen. Alles andere, was es sonst noch gibt, wie beispielsweise sogenannte Oomykota, das sind streng genommen keine Pilze der Definition nach. Da werde ich dann aber auch im Einzelnen noch drauf eingehen. Wenn euch das Ganze hier interessiert, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren beziehungsweise dann die entsprechende Playliste euch angucken. Ich werde noch einige weitere Videos zur Mikrobiologie hier hochladen, um einen kleinen Crashkurs zu absolvieren. Wenn ich irgendwelche Fehler gemacht haben sollte, bitte nicht warten, sondern gleich in die Kommentare reinschreiben oder eben mir eine E-Mail schreiben, denn ich möchte hier ungern Fehler stehen lassen beziehungsweise ich bin eben auch ein Mensch. Ich weiß, dass ich eben auch Fehler mache. Ich weiß, dass ich eben auch Fehler mache.